...gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Richtenberg-Martsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen, die Beinbefehlte und das Meisten! Oh, meinst du, das ist einfach der Traum? Das Minister hat mir verlogen! Jeder hat mir verlogen, sogar hier ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ich seid Feiglinge, verreißer Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messergabel hält! Jahre lang hat das Militärmele Aktionen nur verhindert! Es hat mir jeden nur assistiert... Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von da an alle Höroffiziere richtig dienen zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Mist, das Geld, ganzer Robber erobert! Verräter! Von einem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt dem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Trick ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, erfen Sie sich gewaltig! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Ich weiß, dein Papa! lordshäbhäbhäbhäbhäbhäbhäbhäbhäbhäbhäbhäbhäbhäbhäbhäbhäbin. Ich weiß, was ich weil... für Sie ganz nicht zu einem neuen Holder ist bei vocês! who ist das Ganze customs Worken, wenn ein olho ist, Vielen Dank.